16 vor 6, guten Start in den Morgen mit Antenna AC. Unser Antenna AC Reporter Nils Tham, der hat sich gestern einen Männertraum erfüllt. Er war mit Jakob Assmann von der Hot Rod City Tour Aachen in zwei der Hightech-Seifenkisten unterwegs. Hot Rods, das sind nämlich so kleine Oldtimer aus den 20er bis 40er Jahren. Sie haben es gerade schon gehört, sehen ein bisschen aus wie moderne Seifenkisten. Für die zwei ging es am Tivoli in Aachen los und dann ab in die Eifel durch die Serpentinen, unter anderem zur Biker Ranch in Simmerath. Wir sind natürlich auch eine City Tour, erzählen aber wenig über die Stadt selbst. Es geht natürlich bei uns um Action, ein bisschen mehr um den Fahrspaß. Das ist eine ganz tolle Gruppendynamik, die da während der Fahrten entsteht. Einerseits hat man natürlich mit den Supermaschinen zu tun, was total Spaß macht. Und zum anderen sind natürlich die Leute, das macht auch noch mal mehr Spaß. Was hälst du privat für ein Auto? Ich fahre privat gar kein Auto, da ich Student bin. Ich fahre privat Fahrrad. Und dann wenigstens als Nebenberuf quasi Hot Rod. Was macht die Faszination aus? Es ist natürlich auch das Kartfahren. Wer schon mal Kart gefahren ist, der weiß, wo die Faszination da liegt. Das ist Schnellfahren, das ist auch ein bisschen Rennen fahren. Und das ist natürlich auch ein bisschen durch die Stadt fahren, ein bisschen auffallen, ein bisschen angeben vielleicht. Und das ist einfach ein tolles Gefühl. Wir sind durch die Eifel gefahren und von der Biker Ranch los Richtung Ruhrsee. Was ist so deine Lieblingsstelle? Wir waren jetzt die letzten Tage in der Eifel unterwegs, jetzt zum Herbstanfang. Und wenn man dann nur den Ruhrsee runterfährt, die ein oder andere Serpentine mitnimmt, das Lauf fängt langsam an sich zu verfärben. Man hat den Ruhrsee vor sich. Das ist einfach ein wunderschöner Anblick. Dann dazu der Fahrspaß, das ist einfach kaum zu toppen. Frauen oder Motoren? Schwierige Frage. Ich weiß es nicht genau. Er hatte wahrscheinlich Angst, dass Sie zuhört. Ja, die Hot Rod City Tour Aachen, die können Sie auch buchen. Fotos und den Link finden Sie auf der Antenne AC Facebook-Seite. Schönen guten Morgen.